TFT Kreml bedankt sich recht herzlich für das Zugang zu diesem Turnier. Das war bei SHKE Klaus Barthel, recht herzlich danken. Und dann gewinnt es heute von der Firma Braumart, Frau Jung, eine Siegprämie in Höhe von 100 Euro für den Sieger dieses Turnier. Auch nachher, herzlich danken. Das war bei SHKE Klaus Barthel. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war der Führungsrücker für den SV Frieser. 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 Ohhhh! Leute, gehts? Reicht! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020